Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir von Jumpingames, der Alex und der Jan. Hallo. Alex, hallo, genau. Spielen heute Rising Storm. Also das ist sozusagen sowas wie ein Add-on von unserem Lieblingsspiel, dem Red Orchestra. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier nicht, zwar auch im Zweiten Weltkrieg, aber dass wir hier nicht Ostfront spielen, also Deutsche gegen, ah Mist, jetzt bin ich bei Japanern im Moment. Russen. Ah, Scheiß, zeig. Mir ist bei Japanern, egal. Dass man hier nicht Deutsche und Russen spielt, sondern Amerikaner und Japaner. Genau. Im Prinzip. Das Spiel bringt noch so einige andere Neuigkeiten mit sich. Zum Beispiel gibt es jetzt zwei spezifische Klassen. Das ist auf der Amerikanerseite einmal der Flammenwerfer und auf der Japanerseite ein Mörserschütze. Also das sind zwei spezifische Klassen. Und sowas gab es ja bis jetzt in Red Orchestra zum Beispiel nicht. Der Mörserschütze ist zum Beispiel den ich hier, aber... Ja, ich spiele gerade auf Amerikanerseite als Trucksführer. Und wir haben ja auch... Also wir haben auch schon vorher die Beta angetestet, wollten aber allerdings das Let's Play Together erst mit der finalen Version machen. Aber aus dem Beta-Test heraus können wir schon sagen, dass das Spiel eine absolute Kaufempfehlung ist. Für alle, die Red Orchestra 2 mögen oder gemocht haben oder es jemals gespielt haben, die sollten sich das Spiel auf jeden Fall holen, denn es ist einfach eine echt geile Abwechslung. Oh mein Gott, ich bin da beschust, ich wurde getötet. Also wie gesagt, wenn man halt von den Schlachtfeldern, von den grauen Schlachtfeldern der Europäischen Ostfront genug hat, dann ist das hier echt die perfekte Abwechslung, weil... Also Tripwire Interactive hätte ja zum Beispiel auch das Szenario der Europäischen Westfront angehen können. Also Amerikaner gegen Deutsche. Aber das hier ist wirklich so das krasse Gegenteil, weil die Maps sind einfach komplett anders. Hier hat man halt so den klassischen Dschungel, Strände und es ist einfach viel farbenfroher als Red Orchestra und deswegen, deswegen finde ich, ergänze ich das so gut, weil es halt mal was komplett anderes ist. Und das Spiel ist übrigens auch zu einem fairen Preis zu haben. Ähm, also wir haben jetzt glaube ich, wie viel haben wir bezahlt, Jan? Jan? Ja, Entschuldigung, mein Mikro war deaktiviert, weil ich wieder husten musste. Achso. Ähm, 14 Euro habe ich glaube ich bezahlt. Ja, also das war so eine Aktion, äh, die ist jetzt leider ausgelaufen. Die war noch bis zum 30. Mai, aber das Spiel ist trotzdem, für den Umfang, den wir hier hatten, für diese Atmosphäre, ist das trotzdem echt zu einem fairen Preis zu haben. Ich glaube, das kostet so, wie eine Deluxe-Version, 20 Euro, wenn nicht sogar weniger, glaube ich. Hm, also, Stocktuck killt mich die ganze Zeit. Ne, aber das Spiel, es macht echt Laune und ihr seht es ja jetzt hier. Kick your eyes off, guys, we can take B, go far right, what's up with the same killer, guys? Ja, ja, wie gesagt, also, die Atmosphäre wurde wieder astrein eingefangen, wie ihr hier sehen könnt. Ja, das stimmt. Aber, wie Red Orchestra, hat das man ja nichts anderes von gewöhnt. Und ich wurde eben wieder von Stocktuck gekillt, wo sitzt dieser Junge denn, ey? Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein hier. Die Munition ist leer. Wie eine Munition ist leer. Bist du überhaupt schon einmal gestorben? Äh, äh, ja. Oh, okay. Huch, was ist das denn? Bäm! Oh, Mist. Hab ich nicht mehr getroffen. Komm schon, zeig dich. Zeig dich, Mann! Ah! Zeig dich. Oh Gott! Krieg runter! Warum bin ich denn jetzt abgekratzt? Aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund bin ich gerade wieder abgekratzt. Ha, erwischt! Erwischt hab ich die! Hab ich den Japaner. Also, was mich hier bei dem Spiel noch ein bisschen nervt ist, äh, die Spawn-Verschiebung, die man ja aus Red Orchestra kennt, ist hier irgendwie noch ein bisschen krass, irgendwie. Also, da muss man echt teilweise durch komplette Gebiete rennen. Also, das muss jetzt noch... Vielleicht verändern sie das ja noch, aber das Spiel ist echt, echt richtig geil. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass sie nach der Beta die ganzen Statistiken, also die Waffenlevel und, äh, die Ehrenstufe zurückgesetzt haben, weil wir da schon recht weit waren. Aber, naja, was soll man machen? Wo bist denn du gerade, Jan? Ich hab mich irgendwie verlaufen. Ich weiß nicht mehr so richtig, wo ich bin. Oh mein Gott, wo bin ich denn ganz in Gerand? Shit! War gerade etwas auf Abwägen. Mein Gott, ist das... So, ich hoffe, da hockt jetzt keiner im Bunker, dann bin ich schon nämlich schlecht tot. Aber nee, hier ist keiner. Aber hier können ja jederzeit einer reinstürmen. Oh Gott! Da war einer. Sag dir, wusste ich's doch. Wusste ich's doch, da kommt einer. Ein Japaner ist nicht selten allein. Bin erwischt? Nee, leider nicht. Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen. Doch, jetzt. Jetzt geht's. So, da oben ist er. Erwischt habe ich ihn. Oh, da ist gerade eine Granate direkt vor mir explodiert. Das hat mich zum Glück nicht erwischt. Wow! Wow! Krank! Ey, da bin ich gerade zu diesem Bunker gelaufen und direkt vor mir kommt auf einmal ein Japaner raus, ey. Tja. Alter. Wir sind überall. Ja, echt. Die sitzen in den Bäumen, ne? Na. Wenn wir in den Bäumen sitzen, sitzen wir auf dem Baumkronen. Ne. Ach so, jetzt geht's wieder. Da muss ich sagen. Weißt du ehrlich, wie das geht, Jan? Äh. Ich spiele ja ungern Japaner. Ja, also ich hab dir in der Beta öfters gespielt, aber ich hab trotzdem irgendwie noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Müsste man direkt mal nachschauen nachher. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, extrem viele Server mit Rising Storm Karten laufen hier im Action-Modus. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich meine, das Spiel wird doch erst so richtig geil, wenn man es auf Realismus spielt. Rollst du gerade einen Armee nach dem anderen weg. So, das tut man aber nicht, Jan. So, ich bin jetzt wieder eingestiegen. Aber ich nehme jetzt erstmal einen Schluck von meinem Erfrischungsgetränk, bevor ich hier weiterziehe. Man muss ja bei Kräften bleiben in diesen harten Zeiten. Boots, Junge. Hab ich ihn erwischt? So. Hab ich ihn nicht erwischt? Wo sind sie? Oh, Kacke, hier ist irgendeiner. Hier ist irgendwas im Busch. Ah, verdammt. Verdammt, da sitzt du oben mit deinem G. Ich hab ihn zwar noch gesehen, aber da hat er mich schon im Visier und hat mich dann eiskalt erledigt. Ha. So gefällt mir das natürlich nicht, oh. Sorry. Alex. Oh, scheiße. Scheiße, hab ich gehört. Ja, als Japaner muss dann auf die Flammenwerfertypen immer aufpassen, weil wenn die zu nahe dran sind, dann war es das eigentlich schon. Also, ich hab ja, ich hab auch schon mal im Flammenwerfer gespielt und da hab ich auch schon mal so fünf Gegner auf einmal erledigt, weil wenn du da im gegnerischen Lager bist, holst du einfach alles weg mit dem Teil. Mhm. Aber dafür hat man halt als Japaner den Vorteil, dass man halt mit dem Mörser halt größere Gegnergruppen von der Distanz aus erledigen kann. Und natürlich, also man kann die natürlich auch, wenn sie nicht dran ist, erledigen, aber da läuft man halt Gefahr, dass man sich selbst mit in die Luft sprengt. Allerdings kriegt man dafür selbst dann dafür noch Punkte, also wenn man Selbstmord begeht und dabei noch Gegner mitnimmt. Das war doch gerade einer. Ah, verdammt. Oh Gott. Beschuss. Beschuss. Rückzug. Rückzug. Ja, und die Eckelinsen hier, in den Rauch rein, das gefällt mir ja gar nicht hier, das gefällt mir überhaupt nicht da. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Oh, sowas aber auch. Sowas aber auch. Oh Gott. Japaner. Japaner. Besuche mal, einen Blick zu erspähen. So, da bin ich wieder. Was hast du gemacht? Ich war gerade, bin gerade gestorben und die, und ich habe auf den Wiederentstieg gewartet. Was ist los? Hamst dich erledigt. Ja. Kommt vor. Lauf, Forrest. Ich habe genauso viele Kills wie du. Ja. Lauf. Gott, ich habe kein gutes Gefühl hierbei. Ich bin jetzt quasi schon fast hinter der feindlichen Linie. Oh mein Gott, wo kam die denn jetzt schon wieder, ey? Aber ich kann... Oh, kacke. Oh, kacke, oh, kacke, man. Verdammt. Verdammte Scheiße. Oh cool, ich nehme jetzt mal einen Flammenwerfer. Drei, zwei, eins. Wiedereinstieg. Mist, das war glaube ich einer von unseren, oder? Ja, das war einer von unseren, verdammt. Ja, danke schon, Jan. Der hat mich nämlich eben gerade gekillt. Du hast mich also quasi gerecht. Müßte ich mich ja jetzt mal in aller Höflichkeit bedanken. Kein Problem. Kommt raus, Herr Pano. Der Grillmeister ist da. Nein, ich habe verloren. Victory! Alter, wie dumm seid ihr eigentlich? Das ist die einfachste Map zu defensen. Ehrlich. Was war das denn eben? Der Typ, der im M-Games hat. Alter, wie dumm seid ihr eigentlich? Alter. Hast du das nicht gehört? Nein. Lordex war das Ding, den du gekillt hast. Er meinte wahrscheinlich dich. Ja, das kann sein. So, Alter, wie dumm seid ihr eigentlich? Ach, Mensch, Leute, ist doch nur ein Spiel hier. Das ist doch nur ein Spiel. So, ich, äh, oh, cool. M-G-Schütze. Wir haben keinen einzigen M-G-Schützen im Armin-Team gerade. Also, die Position, äh, die Klasse ist überhaupt gar nicht besetzt. Oh Gott. Müsse ich doch gleich mal nachholen. Warte auf der Schmack auf der Seite, Leute. Warte auf der Schmack. Ich muss die H-S-Klasse-Level be. 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 erledigt erledigt jederzeit könnte ein gegner um die ecke kommen dein leben ist permanent in schlagen schön schön wird mich jetzt mal versuchen hier taktisch zu platzieren mit meinem mg weiter reihenweise abgeschlachtet werde ich hier wie so richtig typischer partner mäßig weißt du und ist damals verdammt verdammt kacke lauf weiter mit meinem geht treff ich irgendwie nix momentan habe ich hatte noch gesessen hatte noch gesessen habe ich okay gemacht ich sehe es ist aber gerade nicht der habe ich hat zwei sogar du musst es sagen mieser typ kommt raus man jetzt sowieso alles verloren ich glaube ich liege ein bisschen ungünstig aber das war der das war der ausgerastet ist weiß der ist gar nicht so gut oder so der muss sich gar nicht aufregen hat gerade mein kiel mehr als ich ja vor allem alter das ist nur ein spiel ich meine ich mich auch wenn ich jetzt sterbe oder so aber das sind öffentlich irgendwie so rum schnauzen muss hier mit dem sprachschät das geht ja gar nicht ist uncool ja oh gott sie sind im bunker oh kacke habe ich meinen eigenen typen erledigt oh gott ich glaube nein ich weiß nicht ich bin unschuldig jemand das mg nervt nicht gerade hier irgendwie ich kriege überhaupt nichts von die flinte man ist so unbeweglich mit dem ding was los jetzt haben wir verdübt steht hier direkt vor mir habe ich ihn erwischt ha erwischt schlampe mieser typ ich bin sogar im leben nein da war noch einer oh gott was tue ich hier er hat mich geschmort beratet geschmort beratet hat er mich oh scheiße mann dieser felsen hier nervt nicht so ein sack gesmort beratet hat er mich gesmort beratet verdammt verdammt mon so eine kackgrünze ey mir reicht es jetzt hier ich nehme es das gute alte m1 hier ran darauf kämen sich noch verlassen ich kann immer nur mit meinem verkackten mörser rum mein bomb hier alles oh scheiße da kommt einer aber da ist auch eine niete der lässt sich voll erschießen hier ja gespawnt und gekillt hey oh gott wo bin ich was soll ich tun mein gott ich bin mitten im feindlichen lager warum wieso weshalb verdammt bitte seh mich nicht bitte seh mich nicht oh mir ist es schon vorbei bitte da wollte gerade einer kommen habe ich das gefühl ja das war sozusagen unser eindruck euch red orchestra rising storm besser gesagt zu zeigen genau und davon wird auf jeden fall noch mehr kommen und natürlich weitere videos von red orchestra 2 genau und wir hoffen es hat euch gefallen also uns gefällt dieses spiel sehr und ja wie gesagt es ist eine gelungene abwechslung und ich hoffe es hat euch auch gefallen sozusagen als abwechslung zu red orchestra und hoffe ihr spielt es auch mal wenn ihr spielt lasst mal einen kommentar da dann kann man ja mal zusammen spielen oder so ja und dann bis zum nächsten mal tschau tschau tschau